Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie sehr herzlich im Orpheum. Wir suchen Sie während der Vorstellung um allerhöchste Aufmerksamkeit und bitten Sie daher jetzt Ihre Mobiltelefone auszuschalten. Vielen Dank. Na, lassen Sie es, lassen Sie es noch eingeschätten, bitte kurz. Hat noch nicht eingefahren, ist inoffiziell. Ich habe eine Frage, weiß irgendwer von Ihnen zufällig, wie lange der Flug zum Mond gedauert hat? Weiß das irgendwer? Sie haben mein Gott das Handy bei der Hand. Können Sie einmal das googeln? Oder weißt das wäre auswendig? Reise zum Mond, wie lange das gedauert? Weiß es irgendwer? Vier Tage sind Sie sicher? Nein, aber roten kann ich auch. Soweit war ich auch schon. Schauen Sie mal nach, Sie können das sicher, Sie sind ja da fix. In der Zwischenzeit, wenn Sie nicht fahrt, machen wir ein Spielchen. Wer mag mit mir bockern? Meinen Sie mit mir bockern vielleicht? Nicht? Können Sie Karten mischen? Nein. Ah, nicht, nicht einmal das. Können Sie Karten mischen? Ja, geht dann. Du kannst super bockern, dann machen wir das. Ja, dann mischen wir mal die Karten. Können Sie eh schon googeln? Ja, ja, ja. Okay, ist aber ein langsames Handy, oder? Sie googeln es nicht, was machen Sie denn dann? Was tun Sie jetzt gerade, bitte? 492 Stunden. 492 Stunden? Ja. Können Sie was in Tag auch sagen? Nein. Na, googeln Sie das einmal. Rechnen Sie, oder geht das nicht mehr dann? Kann man das noch einmal, wenn wir es, ich komme jetzt nicht aus bei dem. Okay, 492 Stunden. Also Sie googeln auch gerade? Oder googeln noch 20 Tage? 20 Tage? Das kann doch nicht sein, 20 Tage, die Reise. Apollo, was war jetzt Apollo 11, oder was? Das kann nicht sein, bitte. Macht es mich nicht schwach. Aber da hat es keinen. Sind Sie schon gemischt? Ja? Können Sie bockern? Können Sie wirklich bockern? Das war eine Lüge? Achso, okay. Wieso liegen Sie eigentlich? Das lernt man mit der Zeit. Wir sind im Fernsehen, also können Sie nicht liegen im Fernsehen. Wir haben schon irgendwann gesagt, dass im Fernsehen irgendwo wer gelogen hat. Also das... Also das... Was? Ha, 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 ha. Na, da... Na, sehr. Sie haben auch eine lange Leitung, oder? Ja. Wir haben ein neues Ergebnis. Wie viel haben wir jetzt? Vier Tage und zwanzig Stunden. Vier Tage und zwanzig Stunden. Ist es hin und zurück, oder ist es... Nein, ich frage jetzt wirklich, weil ich... Nur hin. Nur hin. Okay, dann zurück wahrscheinlich bloß schnell, weil es berg hergegangen ist. Jetzt sind wir jetzt auf sieben Tage. Gute Wette hätte das alles gefallen. Geht, lassen Sie es. Es ist sinnlos. Sie können das nicht. Sie haben sich bemüht. Danke. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Das ist halt, wenn man... Hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte mir gedacht, dass es... Aber das zwanzig Tage war vollkommener Blödsinn. Da haben Sie ja einen kompletten... Ha? Versuch, mich zu täuschen, oder was? Ja, naja, aufhörst. Wie spät haben wir denn eigentlich schon? Ha? Wie spät ist es? Ich sehe es nämlich von der Weide. Ich tue immer so auf souverän. Wie spät haben wir? Ha? Fünf noch. Fünf Minuten haben wir verschissen. Aber dafür wissen wir, wie lange die Reise zum Mond gedauert ist. Sie können jetzt schon aufhören. Wir wissen schon. Sie brauchen jetzt schon. Jetzt kannst du ja schon abtreiben, das Handy. Ja? Ja. Nur zur Erklärung, warum heute die Uhr mit dabei ist. Es handelt sich heute um eine TV-Aufzeichnung. Darum auch die störenden Kameras, wie Sie vielleicht bemerken werden. Und man hat mich gebeten, weil ich bekannt dafür bin, dass ich mich verplappe auf der Bühne, wenn ich einmal so drin bin. Das ist aber nicht in dem Raum, an der möglich ist. Es gibt eine gewisse Sendezeit, die gehört eingehalten. Der Wunsch wäre es heute um 22.10 Uhr spätestens fertig bin. Ja? Und daher habe ich gesagt, das kann ich nur, wenn ich eine Uhr auf der Bühne habe. Sonst weiß ich nicht, wie spät es ist. Daher ist die Uhr dabei. Laden Sie nicht schrägten. Es hat für Sie keine Bedeutung. Vollkommen irrelevant, dass da die Uhr auf der Bühne steht. Das ist wirklich nur für mich zur Kontrolle. Ich rede ja nicht schneller. Wenn ich merke, es wird eng, gar nichts. Ich lasse nur was weg. Was für Sie wurscht ist. Sie wissen das ja nicht. Sie wissen jetzt schon, dass ich etwas weglasse. Sie wissen nicht, wo ich weglasse. Daher ist es für Sie wurscht. Weil wenn man nicht weiß, wo es fehlt, ist es ihnen wurscht. So. Gut. Damit können wir offiziell beginnen. Genau so geht es. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum dritten und damit leider letzten Teil einer dreiteiligen Vortragsserie. Und lassen Sie mich den heutigen dritten Teil gleich einmal mit einem Zitat beginnen. Umso mehr eine Kultur begreift, dass Ihr aktuelles Weltbild eine Fiktion ist, umso höher ist Ihr wissenschaftliches Niveau. Woher Zitat? Was haben Sie denn jetzt erwartet? Ein Witz oder was? Okay. Wenig Unterhaltungswert ist mir ganz klar. Aber wir können gerne daraus Unterhaltung machen, wenn das gewünscht ist. Wir können ein Quiz daraus machen. Man kann ja aus allen Unterhaltung machen, warum ich daraus mache. Machen wir ein Quiz. Was glauben Sie, wer hat diesen klugen Satz gesagt? War es Antwort A, der Dalai Lama? Antwort B, Albert Einstein? Antwort C, Wissenschaftsminister Mitterlehner? Oder Antwort D, der Dakota-Häuptling, Crazy Horse? Und das wird jetzt bitte nicht gegoogelt. Jetzt zwicke ich die Hände so ab. Jetzt müssen Sie allein drauf kommen. Die Vorausgesetze sind überhaupt allein da. Also ich bin nicht allein. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Schauen Sie mal, von allein bin ich ganz weit entfernt, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man sie sieht, ist ein bisschen genauer ausschauen, wie ich Herr Lars als ich auch nicht. Also machen wir uns nichts vor. Wir haben doch alle etwas von zu Hause mitgebracht. Oder? Nämlich unsere Erwartungen. Die Erwartungen an den heutigen Abend. Ihre Erwartungen kenne ich nicht. Wenn ich die nicht kenne. Weil dann könnte es durchaus sein, dass Ihre Erwartungen meine Erwartungen zerstören. Und ich werde mich nicht von Ihren Erwartungen meine Erwartungen zerstören lassen. Da ist es mir bei weitem lieber, wenn ich in den nächsten zwei Stunden Ihre Erwartungen zerstöre und damit meinen Erwartungen gerecht werde. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, was ich mir vom heutigen Vortrag erwarte. Nicht viel. Also, was ich mir vielleicht schon erwarte, ist, dass sich keiner hierher verirrt hat. Also Sie wissen ja ganz genau, worauf Sie sich durch den Kauf dieser Eintrittskarte eingelassen haben. Na, es war die bewusste, Ihre freiwillige Entscheidung hierher zu kommen, nicht? Achso, aha. Wieso sitzen Sie aus beruflichen Gründen da? Oder Verfassungsschutz oder Staatspolizei, Finanzamt oder irgendwas? Oder einem gesellschaftlichen Zwang vielleicht folgend? Eine Einladung, irgendein Teppertes Weihnachtsgeschenk oder ein Geburtstagsgeschenk oder? Ah, doch. Ah, okay. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Es gibt oft sehr unüberlegte Geschenke, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber nächstes Jahr gibt es dann wieder einen Saturn-Gutschein oder was, oder einen Libra-Gutschein. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Dann haben Sie wieder die angeblich so freie Wahl. Sollten Sie jetzt im Laufe des Vortrags, trotz Ihrer festen Überzeugung, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, indem Sie da herkommen, dann so der einzig gelangt, dass es eine vollkommen falsche Entscheidung war und Sie damit eigentlich den Glauben an sich selbst verlieren sollten, genau dann sind wir auch schon mit dem Thema des heutigen Vortrags. Glaube ich nur das, was ich sehe? Oder sehe ich nur das, was ich glaube? Denn der Mensch handelt... Entschuldige, dass ich unterbreche. Kannst du das bitte durchsagen? Das dürfte irgendwie wichtig sein. Wieso? Ja, das durchsagen, bitte, ich weiß nicht. Ist das ein Scherz? Nein, das ist kein Scherz. Ich habe das selber gerade erst gekriegt. Tut mir leid. Das ist übrigens der Herr Christian Clementer, mein treuer Licht- und Tontechniker und Turbetreuer. Das machen wir auch. Okay. Entschuldigung, kurze Unterbrechung. Da darf ich wirklich, wo es passiert sei. Der Lenker des Kfz, KR 835 BU, möge dringend das Fahrzeugweg schon behindert einen Rettungseinsatz. KR 835 BU. KR 835 BU. Krems. Okay. Und was ist jetzt gerade da herinnen passiert? Ist da jetzt in irgendjemandem so ein unangenehmes Gefühl entstanden? Wie da jemand auf die Bühne kommt mit einem Zettel? Rettungseinsatz? Kfz? Hat vielleicht das vegetative Nervensystem ins Reagieren angefangen? Ist der Buys ein bisschen in die Hehe gegangen bei irgendjemandem? Hat die Bauchspeicheldrüsen ein bisschen Insulin ausgeschüttet? Hat der Verdauungsapparat aufs Standback geschalten? Weil Geschichten wird später jetzt hohe Hande suchen? Also hat jetzt das vegetative Nervensystem, das ist ein System jenseits von unserem Denken, eine Stressreaktion in irgendjemanden ausgelöst? Nur aufgrund von einer Information? Noch dazu eine falsche Information auf vollkommener Blödsinn? Das heißt also, ich habe dank der besseren Position, das muss man ganz ehrlich sagen, die Möglichkeit durch mein Denken, also das was ich mir ausgedacht habe, mich in ihre Gefühlswelt einzulocken. Und nur dann, wenn der Mensch Gefühle hat, dann handelt er. Kein Mensch handelt, wenn er denkt oder spricht. Weil da denkt er nur, da spricht er nur. Erst wenn eine Emotion ins Spiel kommt, dann entsteht Handeln. Und oft vollkommen irrational. Ich zeige Ihnen das. Jetzt für alle. Nicht nur für KR irgendwas, was es nicht gibt. Schauen Sie, ich habe eine Information für Sie mitgebracht. Die teile ich jetzt mit Ihnen, diese Information. Das ist Information. Okay? Wieso verziehen Sie jetzt das Gesicht? Können Sie mir rational erklären, warum Sie jetzt Ihr Gesicht verziehen? Wer hat jetzt gerade von der Zitrone geschreckt? Ich oder Sie? Schauen Sie. Ich habe so ein Soft-Fühnter-Pappen gerade. Da sind ja alles gerade ein bisschen so zum Tammt. Hier kommt sie gerade. Also ist diese Information in Ihrer Gefühlswelt gerade angekommen? Ja. Und genau dann handelt der Mensch. Und das war was, dass er handelt. Das heißt also, diejenigen, die die Kontrolle haben über die Information, die haben nicht die Kontrolle über unser Denken. Glauben Sie an den Scheiß, was sie irgendwo im Internet aufschnappen? Die haben die Kontrolle über mein Denken. Nein. Die haben im besten Fall die Kontrolle über unsere Gefühle. Warum glauben Sie, dass die politischen Parteien so geil drauf sind, dass sie in diesem ORF irgendwas zum Mitreden haben? Weil die gerne gute Serien sehen oder was? Nein. Da geht es nur um die Information. Da geht es um die Zeit im Bild. Um sonst nichts. Und was ist Information? Nichts. Weil es ist jetzt nichts mit Ihnen passiert. Und Sie verziehen in Ihr Gesicht. Es hat also was ausgelöst, das Nichts. Also insoweit ist es wieder alles. Das ist das Paradoxon der Information. Also was ich mehr finde, verwenden wir homöopathische Produkte zum Beispiel. Okay. Bescheiden, aber trotzdem. Da ist nichts drin. Da ist chemisch nachweisbar nichts drin. Außer Information. Und jetzt sagt man diesem Medikament nach, dass es helfen kann, den Körper zur Heilung zu bringen. Nur durch Information. Das heißt, da ist eine Information, die muss jetzt irgendwo angespeichert werden, logischerweise. Zum Beispiel in einem Wasser. Das heißt, dort wo das hergestellt wird, das Präparat, red einer in einer Wasserinformation ein. Ich habe eine Anfrage. Und das Immunsystem. Fugendes. Nasse Rind. Abgeschlagenheit. Halskratzen. Das ist meine Frage. Schauen wir mal nachschauen, ob da was um einander schwingt, was da nicht reingehört. Ein paar Vier, ein paar Pazin oder irgend sowas. Ich meine, was ist mit euch? Schlaft sie jetzt? Schon was von Vier, was gehört das unnötiger? Ich meine, was weiß es schon jeder. Also bitte, der kleine Mann. Ich weiß es schon, dass die von dem Immunsystem noch mal volle Urschlächer sind. Ja, weil was hat sie es von mich gebracht? Na, was hat sie es? Na, nirgends hat sie es. Aber der hat eine Fotoimmunerkrankung. Da schauen wir auf einmal wer bei der Autoimmun. Das braucht ja wie ein Grob. Brauch ich das, der Autoimmun. Haut sich in Rätig. Ja. Braucht nicht eh keiner. Wir haben alles daheim. Die Antipotika, die Nerze, Trotz und das Epiolpene. So schaut es nicht mehr aus. Angesoffen, die Urschlächer von dem Immunsystem. Ich bitte höflich, diese Information an das Immunsystem weiterzuleiten. Danke. Das sollte jetzt genügend Information, aber auch Motivation sein für mein Immunsystem. Das heißt, es ist ein gewisses Maß an Information. Zur rechten Zeit. Und dann, wenn es mich auch wirklich betrifft, ist etwas Sinnvolles. Der Rest im Leben ist Erfahrung. Nur wir wollen möglichst wenig erfahren. Weil das ist anstrengend. Da muss man sich aus, da muss man sich bewegen, da muss man mit anderen Leuten reden. Wir wollen aber immer gut informiert sein. Und vergessen dabei, dass jede Information, die von außen jetzt in mich eindringt, ja bereits durch einen Filter gelaufen ist. Nämlich durch ein anderes menschliches Gehirn. Also sprich ein Weltbild, eine Gedankenform, eine Überzeugung, was auch immer. Das heißt, reine, ungefilterte Information gibt es nur durch Erfahrung. Wenn ich auf der Strasse spazieren gehe, ja, mit den Händen, teppern zu spülen. Kennen Sie, gehen, teppern zu spülen, um einen anderen rennen, gehen an den Strasse. Boom. Na, das ist eine Erfahrung. Und es gibt eine ganz klare Information. Nämlich Scheißlaternen. Weil ich jede Erfahrung, die ich in meinem Leben mache, durch meinen Filter durchschicke. Durch mein Gehirn. Und das suche dann Schuldigen. Und das kann natürlich nicht dieser, das ist sicher wer anderer. Das heißt, mein Denken lügt. Und vielleicht ist das der Grund, warum ich heute sage, viel lieber googeln, als dass wir denken. Vier Tage, oder was haben Sie gesagt, hat der Flug zum Mond gedauert. Wie lange hat es wirklich gedauert? Wie lange hat die Reise zum Mond gedauert? Von der Idee weg, wir könnten jetzt rein theoretisch einen Mond fliegen, bis er dann aussteigt und sagt, der Schirch fliegen wir heim. 35 Jahre. 35 Jahre, da war ich mit einem Radler auch dort. Wisst ihr, was ich meine? Okay, geht ja gar auf, aber dafür hast du keinen Gegenwind. Das heißt also, jede Information ist immer nur eine Möglichkeit. Das kann sein eine Information, das kann sein eine Desinformation. Aber in der Regel wird es seine plausibel gelingende Halbwahrheit wie Nachrichten. Nachdem wir es ja gerne richten, nach den Nachrichten. Auf das sind wir geil, nicht auf die Zeit im Bild. Geh uns jetzt, Nachrichten zu sein! Ruhe Sie mal aus! Ich will's kein Wurstbrot! Verdammt, da mal die Quatsch mit den Nachrichten rein! Wir sind süchtig auf Information, wir sind Informationsjunkies. Und mit Süchtigen hat dann der Dealer immer ganz leichtes Spiel. Weil da geht es plötzlich nicht mehr um die Qualität, da geht es nur um die Quantität. Da geht es um die ständige Verfügbarkeit dieser Droge. Ist da ein WLAN herinnen? Habt ihr es ja ein WLAN? Ich sehe, ein guter Tag, ein WLAN! Hast du das Passwort? Hast du ein guter Tag gemacht? Ein guter Tag! Ich sehe, kein WLAN, ich habe die Kugel, kein WLAN! Und dann verbringen wir automatisch wieder wertvolle Lebenszeit im Internet. Um Informationen zu finden. Nein, das tun wir nicht! Wir verbringen diese wertvolle Zeit im Internet, um von den Informationen gefunden zu werden. Nicht, wir sind die Jäger da drin, wir sind die Gejagten. Darum heißt es ja nicht. Der Fischer ist nicht der, der im Netz ist. Das sind schon die Fische. Und was muss ich machen, wenn ich gejagt werde? Ich muss ja untertauchen. Fahrzeugsweise in einer Menschenmenge. Aber selbst im öffentlichen Raum, zum Beispiel in einer Straßenbahn, ist man ständig unter Informationsbeschuss. 46 Sitzplätze, 91 Stierplätze. Missbrauch wird bestraft. Liebe Fahrgäste, Sie verhindern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Takt der Offenantür. Kurz ziehen. Kurz drücken. Dieser Zug wird wieder überwacht. Ebola, schon in drei Wochen in Europa. Bitte zeigen Sie Achtung an. Sunless Beauty Lounge. UV-frei, natürliche Bräune, in nur einer Minute. Rauchverbot. Bitte schauen Sie, ob jemand Ihren Sitzplatz dringender benötigt. Vielen Dank, dass Sie an Ihre Mitmenschen denken. Denken Sie an die Möglichkeit einer Notbremsung. Wagen hält. Den gelbgekennzeichneten den Türbereich frei halten. Wagen nur den einen. Du kannst alle haben. Das sind ja noch mehr Leute. Liebe Fahrgäste, Sie verhindern die Abfahrt. Bitte halten Sie den Türbereich frei. Bitte sich festzuhalten. Ja. Halten verboten anfangen. Ja. Halten verboten Ende. Jetzt. Zugreifen. Die ganze Stadt im Internet. Du kaufst ein, ich bring's heim. Benützen Sie stets die Haltegriffe. Totaler Abverkauf. Aktionswoche. So schrott ist unser Eurofighter. Wenn's wirklich wichtig ist, dann mit der Post. Gratis, unbegrenztes Daten. Das Anbringen jeglicher Mitteilungen ist verboten. Wut umgreift Hotelgäste an. Vorsicht. Dachlawine. Ruhe bewahren und Anweisungen befolgen. Ruhe bewahren und Anweisungen befolgen. Reden wir über was anderes. Weil die Zeit, bist du deppert. Reden wir über Gott. Ich habe im zweiten Teil dieser Vortragserie eine Frage an Sie gestellt. Nicht an Sie persönlich, aber ans jeweilige Publikum. Ich habe gefragt, gibt's Gott? Und ein Teil im Publikum hat immer gesagt, ja, Gott gibt's. Ein Teil hat gesagt, nein, es gibt keinen Gott. Und ich, der Vortragende, also spielt der Superschlau auf der Bühne, der bekanntlich die Weisheit mit den Löffel sowieso gefräst hat, habe dann gesagt, nein, Moment. Die einzige richtige Antwort auf die Frage, gibt es Gott, kann nur sein, ich weiß es nicht. Weil alles andere ist der Nachgeplappere von fremden Meinungen, mit denen du jetzt gerade hirnschwanger bist. Jetzt hier auf der Bühne zu sagen, ich weiß es nicht, ist die einzige richtige Antwort auf die Frage nach Gott, ist aber nichts anderes als ein Zeichen von Arroganz meinerseits. Das ist Überheblichkeit. Das ist ganz genauso, wenn ich auf einmal sage, es gibt keinen Osterhasen. Ich meine jetzt ganz ehrlich. Wer hat hier erinnert, den Mumm, die Eier aufzustehen und laut zu sagen, es gibt keinen Osterhasen? Ja, Moment, ich habe jetzt ein Blödsinn, es gibt ja keinen Osterhasen. Ich sage bitte, aus meiner Sicht gibt es keinen Osterhasen. Ja, 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 aus Ihrer Sicht. Es geht aber nicht um Ihre Sicht auf den Osterhasen. Kein Mensch interessiert Ihre Sicht auf irgendwas, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will wissen, gibt es einen Osterhasen oder gibt es keinen Osterhasen? Sobald ein einziges Kind auf diesem Planeten an den Osterhasen glaubt, dann existiert in unserem Universum, wenn auch nur die Gedankenform, als Idee der Osterhasen. Und jeder sagt, es gibt kein, der ist nichts anderes wie ein Grießkindl, auch wenn er nicht drauf glaubt. Ich meine, es gibt keinen Osterhasen, das muss doch mal öffnen. Da kann ich genauso gut sagen, es gibt keine Frau Holle. Da wird es ja nur mehr gacker, weil das kann ich nachlesen. Da steht in den Gebrüdergrimm, schwarzer Feist drinnen, dass es die Frau Holle gibt. Ich meine, es gibt keine Frau Holle. Und falls Sie sich jetzt gut fragen oder die sich sind, na ja, dass Sie sich gut Ähnliches fragen, ob ich das jetzt alles ernst meine. Ja. Aus einem afroeren Grund. Weil es nicht um den Osterhasen geht. Es geht nicht um die Frau Holle. Es geht auch nicht um Gott. Es geht immer nur um Weltbilder. Es geht um Überzeugungen, die ich mit mir herumtrag. Und wir vielleicht endlich einmal anfangen sollten, andere Weltbilder zu respektieren. Ich meine, ich muss sie ja nicht lieb haben, aber respektieren. Wir müssen uns davon lösen, dass es in diesem Universum irgendeine objektive Wahrheit gibt. Die gibt es nicht. Und selbst das ist nicht die Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt, weil es es nicht gibt. Klar, aus naturwissenschaftlicher Sicht ist das Universum, wie wir wissen, vor 14 Milliarden Jahren durch den Urknall entstanden. Aus theologischer Sicht aber hat Gott gesagt, es werde da bitte licht. Jetzt habe ich schon dreimal gesagt, huch, da kann er zu, weil ich rede, hörst. Beides ist richtig. Beides ist falsch. Klar, die Geschichte von Adam und Eva hat sich ein menschliches Gehirn irgendwann einmal ausgedacht. Aber auch die Hypothese über die Entstehung der Arten beruht ja ihrerseits nur auf Fragen, die ein menschliches Gehirn gestellt hat. Das heißt, es gibt kein Wissen. Es gibt immer nur ein Glauben. Weil die Wissenschaftler glauben ja nur, dass sie die richtigen Fragen gestellt haben. Und das, was ich jetzt frage, auf das gibt es keine Antwort. Wobei, es gibt Leute, die geben eine Antwort, wo es kein Mensch irgendetwas gefragt hat. Gibt es auch. Aber ich denke mal, vielleicht ist das jetzt ein schöner Zeitpunkt, dass wir da jetzt einmal die Glaubensfrage stellen. Da herinnen. Christian, kann ich noch ein bisschen ausseilig, dass ich die Leute ein bisschen besser sehe? Ja, das ist schön. Pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wer von Ihnen hier herinnen würde sich aus seiner Sicht als gläubig bezeichnen? Jetzt warten Sie, bevor Sie es aufzeigen, damit Sie die Alternativen ehren. Das wäre ungläubig oder scheinheilig. Okay, also wer hier herinnen würde sich als gläubig bezeichnen? Okay, überschaubar. Gut, die anderen haben jetzt Pause. Jetzt eine Frage an die Gläubigen. Sie können sich aber still beschäftigen, ist egal. Jetzt meine Frage an die Gläubigen. Wer von den Gläubigen glaubt an Thor? Thor, gut. Wer glaubt an Jupiter? Wer glaubt an Zeus? Wer glaubt an Horus? Wer glaubt an Ra? Wer glaubt an Shiva? Wer glaubt an Yahweh? Ha? Shiva? Ja, okay. An Ole, okay. Oh, das ist egal. Sie können schon mal mehr Lebensversicherungen daheim, wahrscheinlich nicht. Wer glaubt an Allah? Ja! Ja! Wer glaubt an Allah? Wer glaubt an Jesus Christus? Wer als Christ erinnert? Was ist das jetzt? Auf einmal so zackhaft? Was ist auf einmal? Scheiße, geht's grad an? Also jetzt ist... Scheiße, grad, dass jetzt was passiert, dass ich melde und sage, ich bin Christ. Ich glaub, wenn ich jetzt melde, dann sagt er wieder was Grasliches. Dann sagt er sicher, ich bin ein Kerzenschlicker, ein Kinderficker, irgendwas an dem wäre, sagt er sicher. Entschuldigen Sie, stehen Sie zu Ihrem Glauben. Dann sagen Sie einfach, ich glaube an Jesus Christus. Ich bin Christ. Weil es ist ja nur eine Möglichkeit von Abertausenden. Weil Götter kommen, Götter gehen in der Menschheitsgeschichte. An einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit würde ich vielleicht allen Ernstes an Antatates glauben. Ich hätte furchtbare Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt und würde Kabarettistix heißen. Ist es nicht wirklich wahrscheinlich, aber die Möglichkeit besteht. Und jetzt meine Frage an die gläubigen Christen unter Ihnen. War es Ihre Entscheidung, Christ zu sein? Hat sich für Sie jemals die Glaubensfrage gestellt oder wurden Sie ganz einfach in eine christliche Kultur hineingeboren? Na, oder sechs? Für mich aber hat sich eines Tages die Glaubensfrage gestellt. Erste Klasse Volksschule. Bist du ein Austrianer oder bist du ein Pietler? Na klar, Sie lachen wieder. Aber das war keine leichte Frage. Weniger aus ideologischen Gründen, sondern ich habe die Frage nicht verstanden. Weil ich mich einfach nicht für Fußball dressiert habe. Mein Vater, der hat zwar Doto gespielt, aber nicht Fußball. Insgesamt glaube ich war ich auf Jena Anhänger. Das war so ein Pimpelverein auf der hohen Warte um so Blaugelb. Jena. Jetzt da in der Schule sage ich, ich bin Wien Anhänger. Gottgenau so wie mein Papa. Puh, das war ein Schwererfeller gewesen. Also das, Gottes Wiener. Also was, Austrianer oder Rapidler? Violett oder Grün-Weiß? Also ich muss ehrlich sagen, rein von der Form her, waren wir Violett sympathischer gewesen. Nachdem jetzt aber unser klassen Stärkster, der Walitschek. Wobei das war ja der Stärkste, das war ja der Blatterste. Und in der kindlichen Wahrnehmung ist das immer dasselbe. Blatt und stark. Wenn wir's irgendwie gelernt haben. Isst, damit's groß und stark wirst. Was ja heißen soll. Frisst, damit's schier komplett, wie sie da fordern. Schau da die Platte so. Willst du das so anschauen? Hat ein Ninder noch gehig gseh. Also. Nachdem die Platte Walitscheks so. Einen Grün-Weiß-Grappen-Ballum da angehabt hat. Ich, feiges Arschloch, was ich damals war, mich natürlich lieber auf die Seite der Stärkeren schmeißen wollte. Weil sie besser bei denen dabei sind, die hauen, als bei denen die gehauen werden. Unsererweise, nachdem meine Mutter gewohnt nicht keinen Arme gesammelt hat. Also bei uns dann war eh alles Grün-Weiß gestraft. Was klar. Rapide. Und jetzt passiert das vollkommen absurde. Obwohl ich mich nach wie vor nicht für Fußball interessiert habe. Hab ich mich gefreut, wann man Rapide gewonnen hat. Oder gar ein Master geworden ist. Wobei, ich weiß nicht, ob die jemals überhaupt Master geworden sind. Keine Ahnung. Das heißt jetzt nicht, dass Rapide meine Religion war. Wobei die Frage sich gestellt, kann überhaupt Fußball eine Religion sein? Eigentlich schon. Wenn es Orientierung bietet. Wenn es klare Ziele vorgibt. EINE MIT DA WUCHTLER! Das ist keine komplizierte Orientierung. Rapide gewinnt das Leibort. Rapide verliert das Arsch. Das ist relativ einfach zu begreifen. Rapide, Austrianer. War keine große Auswahl. Aber ich konnte eine Entscheidung treffen. Römisch-Katholisch oder Evangelisch. Hab ich mich nicht aussuchen dürfen? Was ist? Bist du römisch-katholisch oder bist du evangelisch? Schau dir das gut an. Nein. Da hat sich jemand anderer zu meinem Glauben bekannt. Nämlich durchaus Ungläubige, aber wenn es eine Situation erfordert, dann scheinheilige Familie. Und auf allem bin ich gesessen im Religionsunterricht. Leistungshuppe Röm-Katholisch. Das erste, was wir damals gelernt haben, war, glaube ich, das Glaubensbekenntnis. In- und auswendig. Worüber nie gesprochen wurde im Religionsunterricht, ist die Geschichte dieses Glaubens. Warum? Ganz einfach deswegen, weil es keine Geschichte für Kinder ist. Es ist eine grausliche. Es ist eine Geschichte von Mord und Totschlag. Die Geschichte unseres Glaubens ist eine hauptsächlich von Männern, muss man dazu sagen. Also mit viel Testosteron und Blut geschriebene Geschichte. Und die Geschichte unseres Glaubens, die ist noch nicht zu Ende erzählt. Jetzt geht es jetzt wieder so richtig los. Merken Sie es aus der kollektive Wahnsinn? Zuerst waren sie einmal die Christen gegen die Juden. gegen die Gottesmörder, die Juden, die Gottesmörder. 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 Ich meine, Jesus von Nazareth war Jude, sagt man. Das heißt, der ist als Jude auf die Welt gekommen, hat als Jude gelebt und ist als Jude hingerichtet worden. Der hat das Wort Christ niemals in seinem Leben gehört. Und bei dem Begriff römisch-katholisch hätte er wahrscheinlich eher an eine ausgefallene Liebestellung mit seiner Maria Magdalena gedacht. Jetzt, Baby, mach mal jetzt nicht mehr römisch-katholisch in Heimat und er schaue es weh. Nicht mehr römisch-katholisch. Bitte. Und aufgekommen haben wir übrigens die Römer. Also die Gottesmörder sitzen, wenn dann in Italien. Vielleicht sogar im Vatikan. Ein paar Jahrhunderte später hat die arabische Welt Angst bekommen. Angst bekommen, dass sie von einer fremden Kultur überrannt wird. Ähnlich wie wir jetzt die Angst haben. Eine fremde Kultur kommt und wir haben nichts dagegen zu halten. Gar nichts. Und warum jetzt was Neues aus dem Hut zu zaubern, wenn man eine alte Geschichte ein bisschen umbudern kann. Sie sind hergegangen, die christlich-jüdische Tradition ein bisschen so modifiziert. Und da ist Lärm vorgeboren. Und dann ist es losgegangen. Ja, Christen gegen Muslime, die Gäste haben. Dazwischen Christen gegen Christen sowieso. Muslime gegen Muslime. Jetzt momentan die Christen und die Gottesmörder feind gegen die Muslime. Und in einem, und das ist dann wieder spannend, sind sich diese wirklich schwer verfeindeten Gottes-Hooligans doch wieder einig. Nämlich, das Reich Gottes steht praktisch vor der Tür und damit auch der Welt untergangen. Und die Gläubigen, also die in der richtigen Klubfarbe, die kommen dann in den Himmel oder ins Paradies. Und die anderen, die werden blöd schon. Wenn der Messias kommt, der in das jüngste Gericht tagt, oder man der zwölfte Imam dann aus den Brunnen rausgekriegt. Das hätte er schon machen sollen. Also, laut Prophezeiungen hätte der zwölfte Imam aus den Brunnen klettern sollen und vielleicht ist der schon rausgekriegt. Was wissen wir, der so rausgekriegt hat und hat gesagt, das kannst du jetzt einfach nicht sein. Und der ist gleich wieder verschwunden. Also soweit ich informiert bin, ist die Welt bis zum heutigen Tage noch nicht untergegangen. Vielleicht irre mich, kann man sicher googeln. Aber möglicherweise fehlen Gott ganz einfach die technischen Möglichkeiten, um diesen Weltuntergang auszulösen. Weil dazu braucht es ja was. Dazu braucht es Atomsprengköpfe, dazu braucht es biochemische Waffen, Langstrecken, Trägerraketen und das hat Gott nicht. Die haben wir. Und ich finde, da sind diese Dinge wirklich in guten Händen. Weil die Gotteskrieger könnten jetzt rein theoretisch aufhören, diese Apokalypse herbeizuschwören, denn sie könnten es in Gottes Namen selbst auslösen. Das hat aber jetzt nicht nur was mit Gottes Wahn zu tun. So fair muss man schon sagen, das ist auch irgendwie ein Zeichen von technischem Fortschritt. Jedes Selbstmordattentat ist nicht nur religiöser Wahn, das ist auch technischer Fortschritt. Weil ohne Schierspulver, in einer Menschenmenge, mit einer Steinaxt bewaffnet, da gäbe es beim Selbstmordattentat genau ein Opfer. Nämlich den Täter. Da haben wir die anderen vorher mit den Nosenfetzen der Schlag. Also hat dieser kollektive Wahnsinn jetzt wirklich so viel mit Religion zu tun, wie wir glauben, oder geht es vielleicht um ganz andere Sachen? Geht es da vielleicht um machtpolitische Interessen von einem Imperium? Geht es um ökonomische Interessen? vielleicht geht es um geheimreligionen kann also die geheimreligion die steht ja immer wieder offiziell nicht die offizielle ist mein mäntelchen aber das was wirklich ist die geheimreligion die oder jeder erzählen sie mir nicht dass sie nichts glauben das geht nicht als mensch du kannst nichts glauben wie soll das geht jeder betet irgendetwas an hat ein objekt der hingabe jeder die männer beten die frauen an wenige frauen die chippendales manche beten den veganen lebensstil ist das einzig richtige an andere die rohkost ernährung andere wiederum die paleo diät die meisten die leberkasse manche beten den sozialismus an manche den marxismus machen den kommunismus machen den neoliberalismus machen den faschismus machen das apfel muss und das ist ganz übel von allen muss weiter deswegen ist das nur scheißerei manche beten den michael jackson an andere glauben der elvis lebt ein anderer wiederum betet den valentino rossi an ich war sehr traurig ich war sehr traurig wie es ihm jetzt in texas auf pappen geholt hat und ich finde nicht dass es ein feller war einmal die ecken ein bisschen zu weit innen angefangen ist und damit zu viel öl rein ist und dann übers vordrall lang schießt das ist scheiß beschleurhaft gut die anderen haben es auch aber er trifft es am härtesten weil er so lange schon in brittstock gewohnt war aber er wird schaffen oder ist da irgendein marquez fan hierin das ist gut andere bieten eine marke an die geben sich einer marke hin harley davis um beim motorjahr zu bleiben ist für viele ältere herren über 50 ein objekt der begierde muss ich verstehe gerade schau dir lieber aus und jetzt was du bist bis 50 brauchst du dann kick in dein leben noch jetzt irgendwie was ist was ist denn noch passieren ja dann schaust du mir konto auszüge scheiß auf ferrari geht sie nicht aus ja sekretär im buddh dann träume ich nicht was da bleibt immer noch die halle und wenn ich dieses gerät nur benutze als das was ist gemeint ist ist es ja ok nur wenn ich dann immer noch mal anfangen dass ich meine harley davison freizeitjacke kaufe wo groß harley am bugel oben steht ja ich die harley natürlich nur mit der franzenjacke besteige stilgerecht damit ich merke wie vorher da stehe weißt du ja wir fahren schon freut euch schon ja wenn ich wenn ich mit gleichgesinnten zum harley davison treff am fahrersee pilgere dann bin ich teil einer glaubensgemeinschaft und wenn ich dann noch sag harley das ist ja nicht nur ein motorral das ist eine lebenseinstellung dann bin ich entweder ein religiöser fanatiker oder ich bin ein harley dealer also jemand der mit religiösen fanatikern sehr gute geschäfte macht und denser religion ist nämlich nicht harley davison das ist die gewinnmaximierung stück zahlen stück zahlen stück zahlen und das ist es doch was die meisten in dieser angeblich christlichen kultur heutzutage anbeten profit geld macht ansehen status dafür sind bereit alles zu opfern alles die gesundheit die familie und da muss ich mich fragen ob es nicht das kleinere übel gewesen wäre irgendeinen depperten berg gott anzubeten oder den affen gott umbunga weil von dem gott will ich nicht mehr ich habe keine angst dass ich ihn verliere dass mir der gott gestohlen wird jetzt hast du mich gott gestohlen die urstliche am hölligen tag flannst du nicht gut das hätte es früher nicht gegeben wirklich weil ich bin jetzt selber schulterlos nicht einmal auf der straße und stehe sonst steht er immer in der garage es ist sowas andere beten ihren körper an ja also nicht den körper eh nicht ja das äußere erscheinungsbild des körpers das ist es was wir heutzutage anbeten das wie du auf die anderen wirkst wichtig ist nicht dass du 100 liegestütz kannst wichtig ist dass du aus schaust wie einer der eventuell 100 liegestütz kennt das ist wichtig ja die vitalität die du versprühst die jugend auch noch im alter da kannst nur verlieren auf lange sicht da gewinnen immer die anderen die schönheitsindustrie die kosmetikindustrie die fitnessindustrie die wellnessindustrie die anti aging industrie ewige jugend alles machbar nachbar optisch aber der geist ist irgendwann verstorben der ist schon verwesen das riecht man oft schon die körpersäfte sind verpilzt und vertümpelt aber die haut glatt wie ein babyarsch und jede falte ein kleiner weltuntergang aber wer weiß wenn der tatsächliche weltuntergang ein vollkommen unspektakuläres natur ereignis wenn die sonne dann in zehn milliarden jahren wieder verglühen wird da wird es kurz noch mal heiß das ist aber jetzt gibt keine übergangszeit mehr und dann wird es kalt aber lang aber auch noch eine möglichkeit vielleicht sind wir schneller nur da brauche ich keine gotteskrieger da reicht schon otto normalverbraucher und sein glaube ans ewige wirtschaftswachstum otto normalverbraucher normalverbraucher normalverbrauchen es ist in unserem weltbild vollkommen normal das was da ist zu verbrauchen jetzt schauen sie uns selber ein bisschen um wenn wir darüber reden dass wir die christlichen werte wieder verteidigen müssen was für werte gehen sie in ein shopping center dran sind fernseher auf und suchen christliche werte ist unser verhalten geprägt von irgendwelchen christlichen werten haben wir als kinder jesus und der postel gespielt oder kopenianer oder spiderman gegen batman was haben wir gespielt sind unsere helden loser loser wie jesus von nazareth die aufgehängten oder sind unsere helden nach wie vor heidnische nämlich sieger sieger wie jango rumbo john mclean now i have a machine gun ho 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 oder leonidas das ist doch wahnsinn nein das ist sparta und der bärser fliegt den brunnen da geht uns das herz auf also von was reden wir unsere helden sind heidnische sieger unsere spurtler die skifahrer die helden von cordoba also würden wir tatsächlich in einer christlichen kultur leben dann würden wir nicht alle vier jahre geschlossen und das im wahrsten sinn des wortes geschlossen vom fernseher hoch und zum himmel fliehen dass deutschland bitte nicht fußballweltmeister wird bitte nimm meinen erstgeborenen und bitte nicht die pifke nein in einer christlichen kultur würden wir wahrscheinlich beim public viewing blutzen fett bei brot und wein uns an den passionsspielen ergötzen wir würden bei der auferstehungsszene alle budelnockert am tisch tanzen alle in einer christlichen kultur würde niemand einem guru hinterherlaufen keiner würde in einer christlichen kultur zu psychotherapeuten rennen es würde niemand in einer christlichen kultur flugreisen unternehmen nach indien zur selbstfindung habt ihr gesehen daheim bin ich nicht ich hab schon überall geschaut ich bin verzweifelt wo ich schon überall war nein in einer christlichen kultur würden wir alle unseren acker bestellen und das ohne maschinen das wäre eine christliche kultur und warum gibt es dann die gesellschaft nicht zu dass sie keine christliche ist warum haben wir immer noch politische parteien die sich christliche werte ins parteiprogramm einschreiben ganz einfach deswegen weil es die gesellschaft nicht zugeben kann weil das das ende der gesellschaft wäre weil die gesellschaft hat keine leichte aufgabe unterschätzt man das nicht die gesellschaft muss und des friedens willen innerhalb dieser gesellschaft den willen der einzelnen mitglieder brechen aber so dass die das nicht bemerken dass wir alle genau das wollen was wir wollen sollen und immer davon überzeugt bin dass ich das will wer weiß was ich will dass ich weiß was ich will und dazu braucht es eine ideologie dazu braucht es irgendeine idee die ungehorsam sofort seiner sünde erklärt zur sünde gegen die gemeinschaft gegen den staat gegen demokratie und im besten fall gegen gott weil da brauche ich nicht immer mehr erklärung das ist gottes wort was geht mir wurscht das ist gottes wort hab ich das geschrieben und jeder der dann innerhalb seiner struktur dann ungehorsam ist und den bestraft das schicksal nein das schicksal hat noch nie irgendwen bestraft den bestraft dann die gesellschaft wir wir die wir alle genau das wollen was wir wollen sollen ich sag ihnen jetzt was für sowas wie wie hätten sie vor ein paar hundert jahren hierzulande keinen eintritt bezahlen müssen das hätt's gratis geben in kagranau hauptplatz zuerst hätte man mit dem Kohn bezahlen wahrscheinlich die nägeln gerissen und dann am scheiterhaufen ganz normal anzungen und der größte von ihnen hätt mich angeschlatzt abgerunzt aber zumindest hab mich applaudiert und warum weil sie böse menschen sind nein überhaupt nicht weil sie damals der überzeugung gewesen wären das moralisch richtige zu tun und die wenigen unter ihnen die sich schon damals gedacht hätten ich weiß nicht Leute anzinken also angenehm kann es nicht sein das ist aber so na was hätten die gemacht genau das gleiche aber aus angst aus angst davor selbst am scheiterhafen zu landen und immer besser brennholz herbeischaffen als brennholz werden und der scheiterhaufen hat sich auch manchmal eine günstige gelegenheit dass man irgendeinen lästigen nachbarn oder eine besonders hübsche nebenbullerin warm entsorgt und nicht einmal ein schlechtes gewissen haben muss und das hat aber nichts mit der religion zu tun das ist handeln aus eigennutz das ist der raubaffe in mir der neandertal in mir den ich nicht wahrhaben möchte wenn ich stehe im botezimmer budeln lockert nach und duschen vorm spiegel und ich stehe vorm spiegel und schau mich an und sage es kann nicht sein schau was du schaust du bleibst zu sein das ist nicht mehr zu waschen das schlechte mir hängt die Wampel Schluss mit der Fresserei Ende Ende ich hab jetzt Däät, Sport so schaut's aus weniger fressen mehr bewegen das machen wir jetzt Beinharte Däät und mit diesem Mantra im Kopf Beinharte Däät weniger fressen mehr bewegen Beinharte Däät Geben an der Küche vorbei und Udi übernimmt natürlich automatisch das Neandertal das Kommando der macht die Süßigkeitenlade auf holt sich die Baumstämme aus die Trauben Nuss macht seinen halben Liter Alm oder was und er hugt sie vorm Fernseher warum macht der das der Neandertaler weil der blöd ist nein überhaupt nicht der macht alles richtig denn er weiß dass er als Leben das leben will inmitten von anderem Leben das eben auch leben will um zu überleben Energie zuführen muss damit ich mich am nächsten Tag 20 Kilometer zu Fuß bewegen kann beim Jagen und beim Sammeln was er nicht weiß ein Neandertaler weil er sich schlecht informiert hat dass ich mich am nächsten Tag keine 20 Kilometer zu Fuß bewegen werde weil sie sich auch so eine Blade untrainierte so keine 20 Kilometer zu Fuß bewegen kann das einzige was ich morgen bewegen wird ist meine Gehprothese das ist mein Automobil das mich dann zum Arbeitsplatz bringen wird zum Arbeitsplatz den ich will weil ich ihn wollen soll nein weil ich ihn mitwein brauche damit ich die Leasingrate bezahlen kann für das Auto das mich dann zum Arbeitsplatz bringt und das ist logisch da gibt es auch keine Alternative das sind die Gene das haben sie selber gesagt Moment 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 die Gene der Neandertaler der will nicht nur fressen der will das was jedes lebende System an allererster Stelle möchte er möchte das Leben weitergeben er möchte sich vermehren warum gibt es dann keine Alternative hm dann stehe ich halt im Badezimmer vor dem Spiegel und ich gehe nicht in die Küche ich gebudelnockert wie er ich bin ins Schlafzimmer die sagt zu meiner Frau Mama Tue mir die Locke mitgeleube heute Nacht wird durchgeburrat und meine Frau sie wird mich anschauen und wird sagen nein muss einer Blattensau graust man das habe ich schon hundertmal gesagt dann werde ich sagen okay gut dann tue trotzdem die Locke mitgeleube damit mir nicht graust sichs nachdem da ein bisschen in die Hähne und ich sage wenn wir da jetzt einen runterholen meine Frau wird sagen wozu und ich sage was heißt wozu weil ich das Verlangen habe ihr abzuspritzen verdammt nochmal und meine Frau wird sagen da am Teppich mit was kriege ich das dann weg und dann wird ich sagen ja gut dann spritzt ihr dann mit dem Bauch und dann spritzt ihr ins Gesicht mein Gott nein und meine Frau wird sagen mag es jetzt lieber zu Süßigkeiten leider schauen Traschekekse hab ich gekauft was aber Traschekekse was sagst du nix du hast mich da Deppen oben reißen erst Traschekekse ja Traschekekse das ist eine saubere Alternative zu diesem schmutzigen Sex natürlich Traschekekse und weil eben der Sexualtrieb der stärkste Trieb ist der überhaupt in uns wohnt und damit den größten Willen in mir verkörpert war es immer so wichtig dass es irgendeine Ideologie gibt die etwas was uns ja gut tut und nebenbei nicht fett und unansehnlich macht es ihnen eine Sünde erklärt zu einer Sünde gegen Gott weil ist dieser Wille einmal der größte ist der einmal gebrochen dann rennt alles andere automatisch mit und da hat das Lockerwickler schon recht das muss man ganz ehrlich sagen das gehört sich nicht das macht man einfach nicht der Frau da ins da so am Bach das war Auffenspitzen das macht das das hat nichts damit zu tun dass ich da jetzt ein Moral apostel oder was überhaupt nicht aber das macht man nicht der eigenen Frau eine Bauchspitzen nicht besser und eine Frau die sich freiwillig in ihr Gesicht spritzen lässt also nicht besser also das das hat doch für mich jeglichen Reizexyl verloren ja so eine Frau ist für mich nichts anderes als eine permitierte Nuttenschlampe und ich habe solche Frauen gesehen im Internet also und wo ihr jetzt bloß schaut ob ich daheim darf ich nicht wenn ich die Olle nicht erwischt habe ich die Schädung also außer wenn sie in den Pulfern nimmt sie hat sie da leider ein bisserl mit den Nerven und äh da nimmt sie ihre Gsanore dann schläft sie eigentlich recht fein und da seht sie mich manchmal am 3 in der Früh zu meinem Computer mit einem Sackl Traschekeksi ein halber Liter Olmzudler weiß und ich spritze nicht auf den Teppich weil der muss unbefleckt bleiben wie die Mutter Gottes ich spritze einen Taschentuch weil Ordnung muss sein hab ich jetzt irgendjemanden da herinnen in seinen religiösen Gefühlen verletzt wenn dem so sein soll ist es höchste Zeit dass wir das Thema wechseln höchste Zeit meine Damen und Herren dass wir den Rest der Zeit die uns bleibt um Gottes Willen so lange ist es ohnehin nicht mehr wir haben schon weit überzogen ja die ZIP 2 fängt heute später an dass wir den Rest der Zeit die uns bleibt jener göttlichen Macht widmet der Zeit uns des Lebens über uns herrscht über Gott kann man bei Zeiten streiten aber über die allgegenwärtige die allmächtige Zeit natürlich nicht weil Zeit ist keine Hypothese ja Zeit existiert jeder von ihnen weiß was Zeit ist na ja sicher weiß was Zeit ist ne Zeit ist das was ich nicht hab ne ja sicher weiß ich was Zeit ist solange mich keiner fragt und das ist immer so solange es keiner was fragt wissen wir oft sehr viel ja dann müssen wir die Uhr fragen was die Zeit ist oder es ist 22 Uhr 22 so schön wie es ausschaut ist es aber nicht 22 oder 22 da dürfen wir jetzt wirklich da dürfen wir jetzt keine Zeit mehr verlieren aus einem einfachen Grund weil es so schwer ist heutzutage Zeit zu finden klar mit viel Glück kann man Zeit gewinnen aber natürlich nur wenn es die Zeit zulässt sonst nicht und was man niemals machen darf ist Zeit verdrödeln weil dafür ist die Zeit definitiv zu schade da ist das Glück eine Zeit zu sparen und dann hab ich später was davon was ich brauche und kann das was ich eine Zeit über habe auf der Bank eintauschen gegen Paris weil Zeit ist Geld wenn ich rechtzeitig schau dass ich es hab wenn ich es brauche und wenn wir Zeitprobleme haben was machen wir wir tun die Zeit totgeschlagen weil dann kann es ja nichts mehr machen wenn sie totgeschlagen ist lachen sie nicht lachen sie nicht nehmen sie ein Jugendfoto her schauen sie in den Spiegel gefällt ihnen das das hat die Zeit aus ihnen gemacht so schauts aus und wenn wir einen Feind nicht besiegen nicht totgeschlagen kann man muss es nicht mit dem Feind verbünden dann muss man eben mit der Zeit gehen wo gehst du hin Zeit? gehst du weg? ich geh mit darf ich mitgehen Zeit? hast du Zeit? ich hab auch Zeit ich geh mit Zeit das heißt wir tun also allen Ernstes so als wäre die Zeit ein Objekt ein Wesen außerhalb von mir aber Zeit ist eine Gedankenform genauso wie Gott Zeit existiert nur im Kopf sonst nirgends und wenn sie nur im Kopf sitzt dann hol ich sie aus dem Kopf raus oder? ich mach das jetzt ich spüle mir jetzt vor ihren Augen die Zeit aus dem Kopf das ist die leichteste Übung das kann jeder machen schauen sie auch so da ist drin die Zeit meine Lebenszeit und irgendwann einmal rinnt die Zeit dann aus der Karaffe heraus und dann macht ihr aber was interessantes in unserem Weltbett im Linearen rinnt die nicht irgendwo hin nein die rinnt in einer geraden Linie Richtung Weinflasche und dann rinnt sie rein dann macht er einen Tegel zu und mein Leben ist Geschichte das heißt also zwischen dieser Wasserkaraffe und dieser Weinflasche das ist mein Leben in unserem Denken das ist ein endlicher Zeitraum in dem ich aber unendlich viel erleben möchte und das ist wieder ein Dilemma ich weiß jetzt schon mit 52 was ich in meinem Leben alles nicht erlebt haben werde das kann mich jetzt schon ausrechnen ich werde nie am Mount Everest gewesen sein ich werde nie in meinem Leben werde ich Klavier spielen können so jetzt mit 53 Klavier spielen anfangen können von Singer redig geworden ja was ist das für ein Tod wenn ich sage ich bin nie in meinem Leben in einem russischen Atom wo Boot mit Raubmann trip durch das Eisberg gefahren warum durfte ich das nicht erleben mit der Connery der hätte auch dürfen das erzeugt Stress merkst du das in einem anderen Zeitmodell und das aber das Zeitmodell in dem der Mensch über abertausende Jahre so gut aufgehoben war da war die Zeit nie in die Linie das war immer ein Kreis weil es in der Natur keine gerade Linie gibt da gibt es nur Zyklen da gibt es keine Zeit da gibt es Veränderung da gibt es Bewegung da gibt es Geboren werden sterben Reifen vergehen es gibt aber nirgends eine Zeit bitte gehen Sie in Wald und suchen Sie eine Zeit werden es nicht finden dort gibt es nur den jetzigen Moment und wenn es nur den jetzigen Moment gibt da gibt es auch keine Zukunft dann gibt es keine Vergangenheit und dann muss ich mich nicht mehr bei weil ich bin ja schon da wo will ich hin also der einzige Grund warum ein Neandrall gerendet ist war wenn er auf der Flucht war vom Säbelzahntiger ist ein guter Grund dass man rennt in unserem Zeitmodell ist die Zeit aber der Säbelzahntiger der möchte uns in Stücke reizen wo es wurscht ist weil die Zeit heilt alle Wunden auch Bisswunden wahrscheinlich nur halt leider nicht gleich zuerst in der Zukunft und das ist der Ort wo wir alle hinwollen in die Zukunft weil jetzt geht es wirklich um die Zukunft und wo steht zwischen mir und der Zukunft ein Gegenwart wo wir hingeht steht ein teppertes Gegenwart ameinander ich muss immer das jetzt überwinden wenn ich dort hinkomme wo ich will weil ich genau weiß erst dann wann dann wenn ich einmal 16 bin wenn ich ein Moped habe dann aber nein wenn ich 18 bin wenn ich das Auto habe dann dann wenn ich dann einmal von dem Auszug bin dann wenn ich einmal eine fixe Freundin habe dann einmal wenn wir eine eigene Wohnung dann dann wenn wir dann Kinder haben dann einmal dann wenn die Kinder außer Haus sind dann wenn wir einmal dann wenn wir in Pension sind na was gab es in Pension dann einmal wenn wir gestorben sind dann ja was ist dann im christlichen Denken ganz einfach im christlichen Denken beginnt dann nach der Weinflasche die Ewigkeit aber die Ewigkeit die war ja schon von der Wasserkaraffe die Ewigkeit ist nicht mehr überall nur nicht da dazwischen weil da rinnt noch deppert die Zeit es wurscht was du machst da kannst du nicht aufhalten hören sie es wie es tickt na haben wir wieder fünf Sekunden verschissen von diesem kurzen Leben und trotzdem aber gibt es in jedem Leben Momente wo die Zeit still steht kennen sie das das sind immer diese Momente wo das Denken auf einmal aufhört wo diese Zeitblase plötzlich platzt das war eine Zeitbombe ist gut stillgestanden die Zeit dann waren sie in der Ewigkeit aber auch nicht ewig sondern kurz weil die Zeit läuft jetzt geht weiter es ist was haben wir jetzt es ist 22 Uhr 29 scheiß mehr die Zeit nicht klappt und was macht der Mensch wenn die Zeit knapp wird wir erhöhen die Geschwindigkeit das ist ganz einfach weil wir das wissen naturwissenschaftlich bewiesen Geschwindigkeit ist Weg durch Zeit und wenn die Zeit in dieser Formel ja logischerweise die Konstante ist nämlich meine Lebenszeit und ich erhöhe die Geschwindigkeit dann werden alle Wege die ich zurück zu legen habe länger und die gewonnene Zeit ist mit dem Teufel und wie kann ich dem Teufel die Zeit entreißen durch eine Licht wenn ich es schaffe wenn ich es schaffe dass ich jetzt 80 Jahre lang 5 Sachen gleichzeitig Multitasking und das 5 mal zu schnell mache kann ich 2000 mal mehr leben als jeder andere und das ist ein deutlicher Zeitgewinn und wenn ich dabei mit 40er Bankenreiß stressbedingt habe ich immer noch ein Plus von 920 Jahren und das kann mir keiner mehr nehmen da muss man sich fragen wer hat uns eigentlich ins Hirn eingeschissen dass wir uns von dieser Maschine hier den Takt fürs Leben vorgeben lassen diese Maschine hier der budert mir ein Leben lang in den Arsch das kann es doch nicht sein wir glauben dass wir durch Zeitmanagement die Zeit verändern können ich kann die Zeit nicht verändern das einzige was ich verändern kann ist das was ich in meiner Zeit mache 22.30 Uhr das ist das Ende der Zeit Steinzeit drauf danke sehr herzlichen dank dankeschön danke fürs kommen gefilmt es bitte filmt es er schreit ich schaue mir jetzt mal an und das wurde nicht eingeprobt